Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Abonnieren Sie unseren Kanal, damit Sie nie wieder ein Video verpassen. Jede Woche posten wir neue Videos. 22.edsięwätsen Sie einen Drehmomentschlüssel. 23. Schrauben Sie einen Drehmomentschlüssel. 24. Ziehen Sie ihn. 26. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 9. Schrauben Sie die Felsangstattel und du reibst den Drahtbürsten. 10. Schrauben Sie die Zähnepfearnodore und der Drahtbürste. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16.�니다 13. Anschrauben Sie den Drahtbürste. AUTODOC empfiehlt, unter dem Drahtbürste des Vorderstädter des Kupfels. 14. Entfernen Sie die Federbeinwand des X-40-Gabellens über die Radpromiss plane. 14. Entfernen Sie die Federbeinwand für den Drahtbürste. 6. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 7. Entfernen Sie das Bremsschenschlüssel. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 29. Systeme legeinander. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie WD-40. 6. Entfernen Sie die Ratschenschlüssel. Verwenden Sie WD-40. 7. Entfernen Sie die Pfehlungsstange und die Stoßbefestigungseite. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 15. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 5. Schrauben Sie die Masken-Bereante an. Serien Sie eine Abenteuerung und setzliche Karrenze. 10. Lösen Sie das Befestigung der Stoffsteile. Schrauben Sie die Masken Sie eine Hand Assistant. 10. Schrauben Sie die Masken an. 10. Schrauben Sie die Masken-Bereante an. 11. Schrauben Sie die Masken-Bereante eröffnen. 28. Trnen Sie einen Ressorten. 29. Schrauben Sie die Benutze an den Stötdämpfe mit einem Scoo-Nabon-Berein und melden. 30. Behandeln Sie das Sitzvonшisschen. 31. Schrauben Sie das Sitzvon-Berein mit einem Drehmoment fest. AUTODOC empfiehlt, dass die Benutze nicht verletzen, denn die Benutzen an dem Sitzvon-Berein ausgerächtigen werden kann. 15. Ziehen Sie die Leiderungsschlüssel am Leiderungsschlüssel. 16. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 17. Reinigen Sie eine Befestigungsschraubung. 18. Entfernen Sie die Leiderungsschlüssel. 25. Schrauben Sie die Befestigungselemente an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. 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 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Pinseln, Schrauben die Trecknuss Nr. 19. L一下! Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19 Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19